Ah, du erhebst deine Hand gegen ein wehrloses Mädchen! Na, also wirklich, du bist nicht gerade handzahm. Stell dir vor, dein Vater heiratet ein zweites Mal. Damit bekommst du zwei neue Schwestern, die nicht nur sehr frech sind, sondern auch ein großes Geheimnis verbergen. Hi, ich bin Paul und der heutige Anime lautet Testament of Sister New Devil. Die Geschichte beginnt damit, dass der Protagonist Basara seinen Vater Jin in einem Restaurant trifft, um seine beiden neuen Schwestern kennenzulernen. Als er auf die Toilette gehen wollte, öffnete er die Tür und stand einem Mädchen gegenüber, das sich gerade anzog. Das Schloss war defekt, also hätte er zuerst anklopfen sollen. Um sie vom Schreien abzuhalten, hielt er ihr den Mund zu und versuchte ihr zu erklären, dass es ein Unfall war und nicht seine Schuld. Sie schien das zu akzeptieren und hörte auf, sich zu wehren. Aber in dem Moment, in dem Basara sie losließ, bekam er eine Ohrfeige und bevor er einen Tritt ins Gesicht bekommt, kommen Jin und ein weiteres Mädchen rein. Die beiden sind Mio und Maria, seine beiden neuen kleinen Schwestern. Gemeinsam gehen sie zu ihrem neuen Zuhause. Als er am nächsten Tag aufwacht, erlebt der Protagonist eine angenehme Überraschung. Es war Mio, die sich auf ihm rieb. Sie sagte, sie tue das, um ihren neuen Bruder zu gefallen, bis sie etwas Härteres spüre, wenn du weißt, was ich meine. Obwohl es nicht das ist, was die einen denken, ist es das Spiel. Ich und meine Pflegeschwester in unerforschtem Terrain. Basara versteht nicht, warum dieses Spiel bei ihm liegt, da er es noch nie gesehen hat. Sie findet es noch verdorbener, als er ausrutscht und auf sie fällt, wodurch er ein Knie bekommt, wo es am meisten wehtut. Basara fragt Jin, warum sich das alles geändert hat, wo er doch noch nicht einmal verheiratet ist, aber sein Vater erklärt, dass sie die beiden nicht im Stich lassen können. Ein paar Verrückte haben sie in der Vergangenheit angegriffen, sodass sie sich auch heute noch verletzt fühlen. Maria kann deshalb immer noch nicht zur Schule gehen und, da ihre Mutter für eine lange Zeit außer Lande sein wird, müssen sie sich um beide kümmern. Wir haben herausgefunden, dass es Maria war, die dem Protagonisten das Spiel geschenkt hat. Außerdem ist sie, trotz ihrer Größe, ganz schön verrückt. Nach dem Frühstück machten sie ein Familienfoto. Ein sehr süßer Moment. Als sie vom Markt zurückkamen, wurde Mio von einigen angegriffen und schon kommt Basara an, der einem von ihnen das Fahrrad ins Gesicht hält und seine Schwester mitnimmt. Am Abend haben die beiden eine schöne Unterhaltung, bis sie nach Hause gehen. Jin musste gehen, da er als freiberuflicher Fotograf arbeitet. Er musste verreisen. Jetzt ist es Basaras Aufgabe, sich um seine Schwester zu kümmern. Aber als er nach Hause kam, passierte etwas Überraschendes. Im Wohnzimmer sitzend waren beide sehr seltsam, bis Mio ihn bat, die Wohnung zu verlassen und Maria ihn mit einem Zauberspruch schlug. Sie sind nicht einmal menschlich und enthüllen, dass Mio in Wirklichkeit die zukünftige Dämonenfürstin ist, während Maria ein Sukkobus in ihrer Dienstschaft ist. In dieser Welt gibt es Clans von Dämonen, Göttern und Helden. Sie haben vor, dieses Haus als ihre Operationsbasis zu nutzen. Die Ehe mit Jin war eine Lüge. Sie haben ihm diese Erinnerungen eingepflanzt und jetzt war Basara an der Reihe. Aber als sie Magie einsetzten, passierte nichts. Die Mädchen waren nicht die einzigen, die etwas zu verbergen hatten. In Wirklichkeit ist der Protagonist ein Held und mit seinem Schwert besiegt er sie leicht und schickt die beiden weg. Anscheinend hatte Basara große Schmerzen, als er seine Kräfte einsetzte und erinnerte sich an ein Trauma aus der Vergangenheit. Als er Jin anruft, erfahren wir, dass er bereits alles weiß. Er erklärt seinem Sohn die ganze Situation. Mio ist die einzige Tochter von Dämonenfürst Wilbert, dem einzigen Dämonenfürsten, der friedlich war und dem es gelang, die anderen Dämonen aufzuhalten und den langen Kampf gegen den Heldenclan zu beenden. Aber gleichzeitig standen diejenigen, die mit diesem Waffenstillstand nicht einverstanden waren, hinter seinem Thron, um es zu verhindern, dass sich die Bedrohung auf seine neugeborene Tochter auswirkt. Deshalb bat Wilbert seine Untergebenen, in der Menschenwelt sie als Tochter aufzuziehen. Vor etwa einem Jahr starb er schließlich und der jetzige Dämonenfürst, der den Thron für sich beanspruchte, hat es auf die große Macht abgesehen, die Mio von ihrem Vater geerbt hat. Im Grunde ist sie eine Schülerin, die plötzlich herausfand, dass sie die Erbin eines Dämonenlords ist. Und nun wollen einige andere sie töten und ihre Macht für sich selbst beanspruchen. Außerdem ist ihre Kraft noch nicht vollständig erwacht. Das heißt, sie ist noch zu schwach. Aus diesen Gründen beschließt Jin ihr zu helfen. Er schickt etwas zu Basara, der so schnell wie möglich loszieht, um den beiden zu helfen, da sie von Dämonen angegriffen werden. Als Mio in den sicheren Tod zu stürzen drohte, kam Basara an und rettete sie und erledigte mit seinem Schwert das verbliebene Monster, indem er sagte, er sei gekommen, um seine Familie zu retten. Als sie zu Hause ankommen, spricht der Protagonist mit Maria und verrät ihm, dass Jin bereits alles wusste. Mio wird krank und fällt im Bad in Ohnmacht. Also geht ihr Bruder zu Hilfe, wo die beiden sich unterhalten und zeigen, dass sie sich besser verstehen. Maria hat eine geniale Idee. Sie schließt mit Basara und Mio einen magischen Vertrag als Meister und Diener ab, der den Vorteil hat, dass sie ihre Gefühle teilen und immer wissen, wo der andere ist. Aber anders als Mio dachte, wird Basara der Herr sein und um den Pakt zu schließen, muss sie seine Hand küssen. Mio gefällt der Gedanke nicht besonders, zumal sie, um ihn rückgängig zu machen, auf den nächsten Vollmond warten müssen, denn der Vertrag gilt nur bei dieser Gelegenheit. Durch ihre Verspätung verschwindet jedoch das Symbol auf der Hand der Protagonistin und ein Fluch trifft sie. Maria erklärt die Situation. Das Hauptziel des Paktes ist es, die Loyalität zwischen Herr und Diener zu garantieren. Wenn der Diener also seinen Herrn verrät oder ihm nicht gehorcht, wird der Fluch aktiviert. Als Sukubus hat sie ihre Magie auf den Vertrag angewendet. Mio leidet unter dem Fluch der Sukubi, das heißt, sie lebt sich immer mehr aus und empfindet viel Lust. Um den Fluch zu entschärfen, muss Basara sie dazu bringen, sich ihm zu unterwerfen, was der Führer mit großer Freude tut. Am nächsten Tag gehen Mio und Basara zur Schule, während Mio mit einer falschen Identität vorgibt, volljährig zu sein, damit sie nicht lernen muss. Der Protagonist stellt sich in seiner neuen Klasse vor, in der auch seine Schwester ist. Der Lehrer bittet Yuki, die Klassensprecherin, ihn in der Schule herumzuführen, umzuführen, die ihn plötzlich umarmt. Sie ist seine Jugendfreundin und diese Zuneigung macht Mio so eifersüchtig, dass sie schließlich enthüllt, dass die beiden zusammenleben, was dazu führt, dass alle Männer der Schule ihn hassen, denn die beiden Mädchen sind die Göttinnen der Schule. Und da er mit beiden Beziehungen hat, betrachten die Schüler ihn als Feind. Yahiro, ein Mitschüler, beschloss mit Basara zu reden. Er war derjenige, der ihm die ganze Situation erklärt hat und wie er letztes Jahr umgezogen ist. Er versteht, wie sich der Protagonist fühlt und sagt auch, dass er sich entschlossen hat, mit ihm zu gehen, weil er es lustig findet, mit jemandem zusammen zu sein, der so viel Glück hat, dass zwei hübsche Mädchen ihn haben wollen. Als er mit seinen Schwestern nach Hause gehen will, ruft Yuki ihn an, um ein Gespräch unter vier Augen zu führen. In einem Café sagt sie Basara, dass er sich nicht mehr mit Mio einlassen soll, da sie vorrangig beobachtet wird und dass sie vom Clan des Helden geschickt wurde, um auf sie aufzupassen. Maria und Mio waren in dem Lokal und haben das ganze Gespräch mitgehört. Der Protagonist sagt, dass er die ganze Geschichte über sie kennt und beschlossen hat, sie zu beschützen. Auch wenn sie nicht mehr die Kraft hat, die sie früher hatte und wenn der Heldenclan nicht für sie kämpfen will, wird er es tun. Als die beiden Neugierigen das hören, verlassen sie den Ort und Mio hat ein schlechtes Gewissen, weil sie Basara so viel Mühe machen musste. Im Gespräch wird klar, dass es in der Vergangenheit des Protagonisten etwas sehr Mysteriöses gibt. Yuki sagt, dass es nicht seine Schuld war und dass er sie selbst gerettet hat. Außerhalb des Cafés tötet sie mit Leichtigkeit einen Dämonen und sagt, dass das daran liegt, dass Mio immer mächtiger wird und immer mehr von ihnen auftauchen. Wenn ihre Existenz zu einer Gefahr für die Umgebung wird, wird sie auf die Eliminierungsliste gesetzt und wenn es soweit kommt, wird Yuki keine Gnade zeigen. Zu Hause erklärt er ihr die Situation und als Dankeschön für seine Hilfe beschließen sie, dem Protagonisten ein Bad zu geben. Das ist der Moment der Freude für viele, der berühmte Fanservice. In Wirklichkeit haben wir herausgefunden, dass das meiste, was passiert ist, ein Traum war. Und als er aufwachte, lag Maria in seinem Bett. Ach, nur so nebenbei, Basara. Wie wäre es, wenn du mal so langsam deine Hand von meinem Hinternehmen würdest? Nach einer albernen Unterhaltung über das, was er im Traum getan hat, wird Basara ernst und sagt, dass er etwas mit ihr besprechen möchte. Im Klassenzimmer erzählt Jahiro, dass die Lehrerin Yuki und Basara gebeten hat, gemeinsam eine Aufgabe zu organisieren. Als er Mio sagen wollte, dass er sie allein lassen muss, wurde der Fluch aktiviert, weil sie ihm nicht gehorchen und mit den beiden zusammengehen wollte. In dem Moment, in dem er ihren Arm berührte, wurde sie ohnmächtig. Also brachte er sie in die Krankenstation, wo etwas Seltsames passierte. Die Krankenschwester sagt ihm, er solle nicht auf Quantität, sondern auf Qualität achten, um Verbündete zu gewinnen. Jahiro ruft Basara an und sagt, dass er die Aufgabe für ihn erledigen kann. Der Protagonist geht eine Flasche Wasser holen, während er mit Maria telefoniert. Basara findet seinen Freund und plötzlich gibt es einen Stromausfall. Einige Dämonen tauchen auf. Also haut er Jahiro, Gnocchi und kämpft gegen Dämonen. Zurück zu Mio. Yuki ist in die Krankenstation gegangen, um zu reden. Also gehen sie auf die Terrasse. Dort sagt sie Mio, er solle sich von Basara fernhalten, woraufhin ein Kampf beginnt. Yuki offenbart, dass Basara nicht mehr so kämpfen kann wie früher und alleine das Schwert zu halten, ist schon zu schwer für ihn. Um sie und andere zu retten, hat der Protagonist vor fünf Jahren mehrere seiner Gefährten ausgelöscht. Dadurch haben er und sein Vater das Recht verloren, zum Clan der Helden zu gehören. Als sie gerade wieder angreifen wollte, kommt Basara und hält den beiden eine Lektion. Plötzlich erscheint ein maskierter Bösewicht mit Haaren, die denen von Yahiro sehr ähnlich sind. Ist das ein Zufall? Der maskierte Dämon offenbart Mio, dass Maria und Basara Tage und Nächte damit verbringen, Dämonen zu bekämpfen, damit sie nicht als Zielscheibe für die Eliminierung angesehen wird. Er sagt ihr, dass ihre Existenz an sich schon eine Sünde ist und dass sie die Macht ihres Vaters bald an sie abgeben wird. Ein Dämon erscheint hinter ihrem Rücken und aus Angst davor, sie zu treffen, steckt der Protagonist sein Schwert ein und benutzt seinen Körper als Schild, um einen tödlichen Schlag abzufangen. Yuki vernichtet den Dämon, der Basara das angetan hat, und verfolgt den maskierten Bösewicht. Der Mio sagt, dass das alles ihre Schuld war und dass sie sich ergeben muss, wenn sie will, dass es aufhört. Sie nimmt den Protagonisten mit nach Hause, wo Maria die erste Hilfe leistet und überlebt. Sein Heilungsfaktor ist aufgrund des Trainings der Heldenclans hoch. Er erinnert sich an die Zeit, als er ein Kind war und das dämonische, heilige Schwert gestohlen wurde. Der Schuldige daran war Chisato, der dies tat, weil er mit dem Waffenstillstand unzufrieden war, was sie dem Dämonenclan gemacht haben. Außerdem haben die bösen Geister, die in der Waffe versiegelt waren, von ihm Besitz ergriffen. Jetzt stürmt er auf das Dorf zu, genau in dem Moment, in dem Jin nicht da war. Er greift sie an und reißt viele der Helden in Stücke, bis er Yuki töten wollte und der Protagonist sie beschützt. Zurück in der Gegenwart stellen die beiden fest, dass Mio nicht im Zimmer ist. Das Mädchen ging zu den maskierten Schurken, um einen Deal mit ihm zu machen. Sie würde sich selbst ausliefern und er würde ihre Freunde in Ruhe lassen. Als er sie nach Makai, der Welt der Dämonen bringen will, erscheint Yuki, um ihr zu helfen, beschwört ihre volle Rüstung und zieht in den Kampf. Doch er ist zu stark für sie und überwältigt sie mit Leichtigkeit. Als er den Kampf beenden will, kommt Basara und macht den gegnerischen Angriff mit der gleichen Kraft zunichte, mit der er Yuki in der Vergangenheit verteidigt hat. Banishing Shift, eine Bewegung, die alle Arten von Angriffen unbedeutend werden lässt, löscht im Grunde genommen die Existenz der Macht aus und schickt sie in die Null-Dimension. Da Menschen in dieser Tragödie gestorben sind, löst diese Kraft Angst bei einigen aus und bei anderen Wut. Zurück zum Kampf. Mit Marias Hilfe gelingt es Basara, den maskierten Feind zu besiegen. Aber als er denkt, dass alles in Ordnung ist, taucht wieder ein Dämon aus den Schatten auf und sticht ihm in den Rücken. Ich glaube, der Protagonist hat eine Schwäche für diese Art von Schlägen. Er hat in weniger als 24 Stunden zwei auf die gleiche Weise eingesteckt. In dem Glauben, dass ihr Geliebter gestorben ist, wird Mio wütend und aktiviert die Macht ihres Vaters, des ehemaligen Dämonenfürstens. Basara steht auf, als ob nichts passiert wäre. Anscheinend macht es ihm nichts aus, von einer Sense durchbohrt zu werden. Er versucht sie zu beruhigen und sagt, dass alles in Ordnung sei, aber es war zu spät und ihre Kraft war außer Kontrolle geraten. Aus Angst, die Menschen, die sie liebt, zu verletzen und die Welt zu zerstören, bittet sie ihn, sie zu töten, was er schnell ablehnt. Da er ihr älterer Bruder ist und nicht zulassen wird, dass etwas Schlimmes passiert. Um Mio und den Rest der Menschen zu retten, setzt er eine perfekt kontrollierte Banishing Shift ein, mit der er die Wurzel der unkontrollierbaren Macht absorbiert und nur das beseitigt. Yuki geht zu ihrem Haus, um eine Medizin von ihrem Clan zu überbringen. Sie war sehr froh zu sehen, dass Basara nun mit seiner Vergangenheit kämpfte und seine Wunde heilte. Zurück in der Schule steht Basara auf der Terrasse und Yahiro zeigt ihm, dass ich recht hatte. Der geheimnisvolle, maskierte Mann ist er. Basara macht einen Vorschlag. Er ist der Vertreter des aktuellen Dämonenfürsten, um Mio zu beobachten und da er bei seiner Mission, sie nach Makai zu bringen, gescheitert ist, schicken sie, wenn sie es herausfinden, jemanden Stärkeren. Da der Protagonist noch nicht so weit ist, will er nicht, dass das passiert. Die Abmachung lautet also wie folgt. Sie verraten nichts von seinem Versagen, was zu einer Bestrafung führen könnte. Und er setzt seine Arbeit als Beobachter wie gewohnt fort. Auch weil Basara ihm vertraut. Selbst als er die Chance hatte, ihn zu töten, hat er keine lebenswichtigen Organe getroffen. Bevor er geht, verrät Yahiro, wer der Dämon war, der Mios Eltern getötet hat. Er heißt Zollgeer und war ihr früherer Wächter. Mio erscheint auf der Terrasse und beschließt, sich mit einem Kuss bei dem Protagonisten zu bedanken. Doch bevor das gelingt, taucht Yuki auf und hält sie auf, gefolgt von Maria, die sich ebenfalls in das Durcheinander mischt. Also, Mann, Basara, ich hab da einen Vorschlag. Nimm dieses Mischchen und führe es zärtliche Lady Mios nun. Sonst geht's dir noch gut. Die Szene schneidet zu Jin, der an einem geheimnisvollen Ort mit jemandem telefoniert und ihm sagt, dass er Basara im Auge behalten soll, während er weit weg ist. Am nächsten Tag wacht der Protagonist mit Maria in der Bettdecke auf, die sie an ihn klammert und erhält dafür einen Schlag auf den Kopf. Später ereignet sich ein weiterer Unfall. Basara rutscht neben Mio aus und fällt in eine total anzügliche Position hin. Wofür er einen Blitzschlag auf den Kopf bekommt und denkt, dass jetzt nichts mehr passieren wird. Während er sein Bad nimmt, erscheint Yuki nackt, um ihm zu helfen. Mio kommt ins Bad und der Fluch beginnt. Um es zu deaktivieren, hat er sie in ihr Zimmer gebracht und sie dazu gebracht? Naja, ihr wisst es alle. Ernsthaft, dieses Protagonistenglück ist etwas, das mir sehr viel Angst macht. Basara nimmt Yahiro mit in ein Restaurant, wo wir erfahren, dass der Vater des Protagonisten jemand sehr Starkes ist, der als der größte Feind der Dämonen gilt. Und als Kriegsgott verehrt wird. Er offenbart dem Protagonisten, dass die Vorgesetzten Verstärkung zur Beobachtung schicken, denn es besteht die Möglichkeit, dass Mio die Macht des alten Dämonenfürsten erweckt hat. Es wird uns offenbart, dass der Pakt zwischen Meister und Diener nicht nur dazu dient, dass sie wissen, wo jeder von ihnen ist. Er erhöht die Kampfkraft, wenn man bedenkt, wie sehr ihre Loyalität durch den Fluch gewachsen ist. Außerdem verhindert er nicht nur Verrat. Wenn der Diener oder die Dienerin von einem Feind gefangen genommen wird, wird der Fluch maximal aktiviert, was in der Regel den Tod zur Folge hat. Chisato, die Ärztin und Lehrerin der Schule, ist gekommen, um mit den beiden zu Abend zu essen. Sie sagt, dass sie ein großer Fan von Fotos von Basaras Vater ist und als er das Restaurant verlässt, fragt er nach den Dingen, über die die beiden gesprochen haben, zum Beispiel über Dämonen. Sie unterhalten sich noch ein wenig und sie verabschiedet sich von ihm mit einem Kuss auf die Stirn, wobei sie ihre Hand berührt und einen alten Zauberspruch ihres Dorfes aufsagt. Yahiro in seiner dämonischen Gestalt trifft sich mit zwei Dämonen. Volga, ein starker Mann, der es bereits auf Mio abgesehen hat und Zest, die viel klüger zu sein scheint und mit ihm zusammenarbeiten wird. Zu Hause stellt Basara Maria wegen des Meister-Diener-Vertrags zur Rede. Obwohl er gefährlich ist, war er die beste Option, um Mio in Sicherheit zu bringen. Bei dem Versuch herauszufinden, wie man die Loyalität und die Stärke der beiden erhöhen kann, hatte der Succubus eine Idee. Sie fingen an, zusammen das Spiel zu spielen, das sie ihm gegeben hatte, um neue Ideen zu bekommen, wie man es abstellen könnte, wobei der Protagonist das schlimmstmögliche Ende bekommt. Schon nach kurzer Zeit nimmt er das Hauptmädchen mit ins Bett, bis Mio in den Raum kommt und diese Szene sieht und den kleinen Perversen mit Gewalt von dort entfernt. Oh, Lady Neo! Was ist? Lasst es mich! Lasst es mich erklären und ihr werdet verstehen! Vielleicht! Doch zuvor muss ich dich noch einmal unter vier Augen sprechen, Maria! In der Nähe wollte ein Dämon gerade eine wehrlose Frau angreifen. Doch bevor das passierte, erschienen einige Helden und retteten sie. Basaras Befürchtung wurde wahr. Der Clan der Helden änderte Mios Status von Beobachtung zu Eliminierung. Auf Yukis Bitte hin geht der Protagonist mit ihr auf ein Date und in einem Bekleidungsgeschäft tauchen Mio und Maria auf, als würden sie ihn mit einem solchen Mädchen allein lassen. Yuki bittet Mio, ihr bei der Auswahl neuer Kleidung zu helfen, was sehr gut funktioniert und sie sieht hübscher aus. An der Kasse, als sie gerade bezahlen will, wird sie von einem Mädchen angesprochen, das daraufhin verschwindet. Bezara ruft mehrmals an, ohne dass sie antwortet. Plötzlich entsteht eine Barriere und ein Dämon greift sie an. Es ist Volga, der sich mit ihnen vergnügen will. In dem Glauben, dass er der Schuldige für Yukis verschwinden ist, greift Bezara ihn schnell an, ohne Schaden anzurichten. Der Dämon ist unglaublich stark und kann den Dreien leicht widerstehen. Als er sich jedoch auf einen Superschlag vorbereitet, wurde er getroffen, eingefroren und kurz darauf zerstört. Das war Bezaras ehemaliger Begleiter Takashi, der mit der legendären Waffe Bayako das Monster besiegte. Außer ihm waren noch zwei weitere Helden anwesend. Shiba, der anscheinend der älteste und stärkste dort ist, und Kurumi, Yukis jüngste Schwester, die sie auch im Bekleidungsgeschäft angerufen hat. Tatsächlich war sie mit ihnen dort. Die Barriere, die der Dämon errichtet hatte, war zu schwach, um einem Kampf zwischen ihnen standzuhalten. Und da sie keine Zerstörung in der Stadt anrichten wollen, beschließen sie, eine Vereinbarung zu treffen. In zwei Wochen werden sie einen Drei-gegen-Dreikampf austragen. 3. Bezara, Maria und Mio gegen Takashi, Kurumi und Yuki Ja, genau, du hast richtig gehört. Sie wird gegen den Protagonisten kämpfen. Was ist mit den anderem? Wahrscheinlich ist er zu stark und der Autor wollte ihn jetzt nicht einsetzen, mit der Ausrede, dass er auf Befehle des Clans nur der Beobachter sein wird. Bei einem Telefonat mit Jin erzählt Bezara, was passiert ist und sein Vater sagt, dass er ihm helfen wird und dass er sie vernichten soll. Der Protagonist trainiert die beiden, konzentriert sich auf ihre Stärken und entwickelt Strategien für den kommenden Kampf. Yuki ist dabei sehr unentschlossen, denn sie liebt Bezara und hat bereits eine Zuneigung zu Mio entwickelt, weil sie glaubt, dass sie ein guter Dämon ist. Zu Hause bittet Maria den Protagonisten auf ungewöhnliche Weise, Dinge mit ihr zu tun, denn sie ist ein Succubus. Sie schafft es, Lust und Erregung in sich aufzunehmen und in Stärke zu verwandeln. Und weil der Pakt zwischen Meister und Diener mit ihrer Magie geschlossen wurde, geschieht das auch mit ihm und Mio. Deshalb macht sie auch bei ihrem kleinen Spiel mit und es funktioniert so gut, dass sich sogar die Farbe des Fluchs ändert. Was bedeutet, dass sie stärker geworden sind? Der Tag des Kampfes bricht an. In der Schule spricht Yahiro mit Bezara und sagt, dass er alles weiß und wenn sie kurz vor einer Niederlage stehen und Mio stirbt, wird er eingreifen und die Helden töten. Damit fällt ihr kleines Bündnis auseinander. Yuki unterbricht Bezara, um mit ihm zu reden und bittet ihn nicht zu kämpfen, weil er nicht weiß, dass er verletzt wird. Aber wie wir wissen, lässt er Mio nicht im Stich und als sie das sieht, verrät sie den Ort des Kampfes. Bevor er geht, gibt der Protagonist ihr die Kopie des Schlüssels von ihrem Haus, denn da sie oft dort war, war es einfacher. Danach versammeln sich alle auf einer Brücke, wo sie ihren endgültigen Kampf austragen werden. Dank der Kräfte der Waffe, bei Yako und Mio, ist es ihnen gelungen, eine riesige Raumbarriere zu errichten, die sehr widerstandsfähig ist, um die Stadt und die Menschen zu schädigen. Die sechs sind immer noch da und alle anderen Menschen, einschließlich Shiba, sind in der normalen Welt. Der Kampf beginnt mit Bezara, der auf die Schwestern zugeht, während Maria und Mio gegen Takashi kämpfen. Kurumi isoliert mit einem Windzauber den Protagonisten, der weiterhin angegriffen wird, sich aber rettet, indem er sich in ein Beyblade verwandelt. Sie greift weiter an, während sie über Yuki spricht, aber der Protagonist nutzt seine Kraft und beseitigt ihre Verbindung zu den Geistern, die ihr die Kraft gegeben haben, sodass ihre Fähigkeiten zum Kämpfen ausgehen. Als sie von einem Gebäude fällt, rettet er sie und Kurumi erinnert sich an die Vergangenheit und verliert die Wut, die sie auf ihn hatte. Yuki taucht auf, beschwört ihr Schwert und verpasst Bezara eine Tracht Prügel, die er aushält aber. Am Ende wird er deswegen Yuki gehen. Sie benutzt ein magisches Parfüm, das ihn theoretisch für zwölf Stunden ohnmächtig macht. Mio und Maria bringen Takashi später an einen geschlossenen Ort, wo sie ihn mit Wasser füllen, was aber nicht funktioniert. Mit der Kraft der heiligen Waffe erschafft er einen Energiestrahl und schießt auf sie, aber sie schaffen es zu entkommen. Takashi folgt ihnen, aber Yuki hält ihn auf, denn jetzt ist sie diejenige, die ihren Geliebten beschützen wird. Maria schickt Mio los, um Bezara zu suchen, während sie dort bleibt, um gegen den Blonden zu kämpfen. Als sie sieht, dass Bezara Albträume hat, versteht Kurumi, dass sie nicht die einzigen sind, die unter dem leiden, was vor fünf Jahren passiert ist. Mio taucht auf, um den Schläfer zu wecken, was theoretisch nicht funktionieren sollte, aber die Macht der Liebe und des Protagonisten ist zu stark. Er wacht auf und ist bereit für den Kampf. Yuki und Maria haben Probleme gegen Takashi, der Yuki gerade fertig machen will, wird von Bezara aufgehalten, der seine Überlegenheit zeigt. So sehr, dass Bayako seinen Selbstverteidigungsmodus aktiviert und sich in einen riesigen weißen Tiger verwandelt. Mit Yukis Hilfe gelingt es Bezara, die heilige Bestie mit seinem Bandstrahl zu vernichten und den Kampf zu gewinnen. Shiba erscheint und sagt, dass sie nach Hause gehen werden und der Auftrag vorübergehend aufgegeben wurde. Aber der Blonde will diese Entscheidung nicht akzeptieren. Aber in dem Moment, in dem Shiba die Augen öffnet, ist er platt. Aber schaut euch mal dieses Psycho-Gesicht an. Sie nehmen auch Yuki mit, auch wenn Bezara die Idee nicht gefällt. Zehn Tage vergingen. Der Protagonist war sehr bestürzt über das Verschwinden seiner Jugendfreundin. Aber als er nach Hause kam, war sie da und bereitete das Abendessen vor. Sie erzählte ihm, was passiert war. Sie verließen die Schlacht in aller Stille, als Jin den Clan anrief und etwas sagte, dass sie dazu veranlasste, noch einmal auf Mios Ebene zu gehen, um sie zu beobachten. Tatsächlich kommt es zu einem Kuss zwischen den beiden und Mio erscheint, um sie aufzuhalten. Daraufhin verrät Yuki, dass sie jetzt bei ihnen wohnen wird. Maria, die von der Idee begeistert ist, zeigt ein Video, in dem Bezara mit Mio zusammen ist. Da beschließt Yuki, dass sie es auch will und sie planen, auch mit ihr den Herr- und Diener-Pakt zu schließen. In der Schule, als sie sich für den Schwimmunterricht fertig machen, sieht Bezara, dass Maria das seltsam findet. Er beschließt ihr zu folgen und findet den Sukkobus in einem Klassenzimmer. Sie sagt, dass sie dort war, um einen verdammten Zauber auf seinem Schreibtisch zu legen und die beiden gehen gemeinsam durch die Schule und suchen nach möglichen Gefahren für Mio. Dadurch landen sie in ihrem Kleiderschrank, wo Maria beginnt, die Situation auszunutzen. Als sie ankam, um ihre Sachen zu sehen, bekam Mio Angst, als sie Bezara mit ihrem Höschen auf dem Kopf sah. Nachdem alle gegangen waren, kümmerte sie sich um die beiden Verdammten, bis Bezara etwas über Yuki sagte, was sie eifersüchtig machte, und den Fluch zurückkehren ließ. Um ihn zu kontrollieren, machen sie in der Dusche solche Sachen, dass der Fluch wieder die Farbe wechselt. Das heißt, sie wurden noch stärker. Am Ende des Unterrichts sagt der Protagonist Yuki und Mio, dass sie zusammen von ihm gehen sollen, während er Maria sucht. Als er durch ein Fenster schaut, sieht er sie mit Yahiro, dem maskierten Bösewicht, reden. Er rennt hin, findet sie aber vorher auf einer Treppe. Sie sagt, sie habe sich auf der Suche nach Paaren beim Wukovukovu verlaufen. Dann fand sie den Jungen in Uniform und fragte ihn nach dem Weg, wie sie die Schule verlassen kann. Danach gehen beide Hand in Hand nach Hause. Die Szene schneidet zu Solgia, dem Dämonen, der Mios Adoptiveltern getötet hat. Er spricht mit Zest und sieht Bilder von Bezaras Kampf gegen die Helden, wodurch er Interesse an seiner Kraft bekommen hat. Der Bösewicht verrät uns, dass der maskierte Mann in Wirklichkeit Lars heißt und sagt, dass er seinen bösen Plan nun in die Tat umsetzen wird. Als die Nacht hereinbricht, beginnen sie den Herr-und-Diener-Vertrag. Yuki trägt ein aufreizendes Outfit und weigert sich, seine Hand zu küssen. Sie will den gleichen Pakt, den er mit Mio geschlossen hat, mit all den unanständigen Dingen, die die beiden tun. Und so kommt es, wie es kommen muss. Sie fangen an, diese Dinge zu tun und etwas Überraschendes passiert. Schon beim ersten Mal haben sie es geschafft, den Pakt weiterzuentwickeln und ihn sogar am selben Tag zu schließen. Dadurch wurden Yuki und Bezara noch stärker. Doch Maria war immer noch nicht zufrieden. Dann bringt sie alle ins Badezimmer, wo sie zusammen alles genießen. Draußen vor dem Hausarzt häst alles, was passierte und sagte, dass sie wollte, dass ihr Meister diese Dinge auch tut. Am nächsten Tag verletzt sich Bezara beim Basketballspielen an einem Finger und geht direkt in die Krankenstation, wo Chisato ihm einen Verband anlegt und ihm sagt, dass er ihn nicht abnehmen soll, bis sie es erlaubt. Sakkari, eine von Mios Freundinnen, geht in die Männerumkleide und stürzt sich auf den Protagonisten, indem sie buchstäblich auf ihn drauf springt. Yuki und Mio tauchen auf und sehen ihre Freundin auf ihrem Geliebten. Die Tochter des Dämonenfürsten geht wütend weg und die Helden gehen mit ihrem Katana auf das Mädchen los. In Wirklichkeit wurde sie kontrolliert. Yuki bleibt dort, um die Situation zu klären, während Bezara Mio nachgeht, die sich betrogen fühlt und sehr traurig ist. Maria erscheint, um ihr zu helfen. Doch wie aus dem Nichts wird sie ohnmächtig und verschwindet zusammen mit Cest. Obwohl Bezara versucht, sie mit der Macht des Paktes aufzuhalten, gelingt es, den Protagonisten nur Yuki zu finden, was bedeutet, dass sie in eine andere Welt gegangen sind. Uns wird gezeigt, wie Mio an einem bestimmten Tag ihre Adoptiveltern ohne Gnade verloren hat. Solgier taucht auf, zerriss ihren Vater und verbrannte ihre Mutter bei lebendigem Leib. Und das alles vor ihren Augen. Als sie aufwachte, fand sie Maria, die er die ganze Situation erklärte. Mio wacht auf, sie ist in Solgiers Schloss angekettet. In Wirklichkeit hat Maria immer für ihn gearbeitet, der sehr kahl erscheint und im Begriff ist, Böses mit ihr anzustellen. Er erhält einen Anruf vom derzeitigen Dämonenfürsten Liohard, der ihm befiehlt, sofort im Königspalast zu erscheinen, weil sie sein Wissen in der Menschenwelt brauchen. Bezara geht zu Lars, um ein Gespräch zu führen und fragt ihn, wer Mio entführt hat. Er erklärt ihm das Solgier, das Mädchen in Wirklichkeit nur wegen ihrer Macht und ihres Aussehens will. Anscheinend hilft Maria ihm nicht, weil sie böse ist. In Wirklichkeit hat der Dämon die Mutter des Succubus gefangen genommen. Er erklärt auch, dass er der Dämon war, der Maria dazu gebracht hat, den Pack gegen sie zu verwenden. Indem er Mio gefangen nimmt, wird sie bis zu ihrem Ende von der Lust beherrscht werden. Bezara verliert die Beherrschung und versucht, die Antwort zu bekommen, wo seine Schwester ist. Während des Gesprächs tut Maria Mio etwas an, sodass sie in Ohnmacht fällt. Vor dem Schloss taucht jemand auf. Es ist Lars, der Mio holen will und im Gegenzug Bezaras bewusstlosen Körper anbietet. Lars versucht weiterhin, Cess dazu zu bringen, Mios Tausch gegen Bezara zu akzeptieren. Aber stattdessen kreuzt sie seinen Körper mit ihrer Hand und tötet ihn. Sie schickt Solgir eine Nachricht, dass er zurückkommen soll und nimmt den Protagonisten mit ins Schloss. Maria kettet ihn an ein Bett und versucht im Auftrag der Schurken, ihn zu verhexen. Als sie merkt, dass ihr das nicht gelingen wird, beschwört sie einen Schlüssel, der sie älter und größer werden lässt, wenn sie ihn benutzt. Yuki folgt dem Plan, den Bezara ausgearbeitet hat und sucht in einem Wald, in dem sich die feindliche Basis befindet. Zurück in der Burg gelingt es ihm, sich gegen die Versuchung und die mentale Kontrolle zu beherrschen, sodass er sein Schwert beschwört und auf den Boden, dass Rache nicht die Lösung ist. Sie umarmen sich und der Bösewicht schafft es zu fliehen. Yuki versucht ihn zu verfolgen, aber der Protagonist sagt wieder, dass das nicht nötig ist. Plötzlich taucht Marias Mutter auf und sagt, dass sie von einem Komplizen den Bezaras gerettet wurde. Kurz bevor er fast ermordet wurde, rate mal was, Solger trifft auf Lars, der nicht gestorben ist. Da er die Macht hat, Puppen zu kontrollieren, hat er sie benutzt, um ihn zu täuschen. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, er ist der Komplize und derjenige, der Marias Mutter gerettet hat. Er und Bezara haben einen Deal gemacht. Jetzt verstehst du, dass es keine Freundlichkeit oder Schwäche war, dass der Protagonist Mio den Bösewicht nicht töten ließ. In der Vergangenheit hat der ehemalige Dämonenfürst seine Tochter in die Obhut von zwei der freundlichsten Menschen in der Dämonenwelt gegeben. Vor dieser Arbeit hatten sie ein Waisenhaus, in dem sie sich um mehrere Waisenkinder kümmerten, als wären sie eine Familie. Lars war tatsächlich eines dieser Kinder. Als er erfuhr, was mit ihnen geschehen war, beschloss er, sich eines Tages zu rächen. Als Bezara mit ihm über Mios Verbleib sprechen wollte, trafen die beiden eine Abmachung. Er würde dem Protagonisten helfen und im Gegenzug Solgier eigenhändig töten. Zurück im Schloss beginnt er, sich in die gefährlichste Kreatur des Dämonenreichs zu verwandeln. Solgier tat dies, um seinen Aufenthaltsort vor Leonard, dem derzeitigen Dämonenfürsten, zu verbergen und auch als Gegenmaßnahme, falls seine Pläne schiefgehen. Mehrere Monster tauchen auf. Zest sagt, dass die einzige Möglichkeit, sie aufzuhalten, darin besteht, ihren Kern zu zerstören, der sowohl gegen physische als auch magische Angriffe immun ist. Aber mit seiner Banishing Shift sollte er in der Lage sein, es zu zerstören. Mit Zest als Führer gehen sie also auf den Schwachpunkt der Kreatur zu. Auch wenn sie viel gelaufen sind und viele Monster vernichtet haben, schien es kein Ende zu nehmen, bis sie eine Leiter finden, die zu weiteren Monstern führt. Yuki beschließt, dort zu bleiben, während sie weitergehen und direkt zum Kern gehen. Bevor sie dort ankommen, treffen sie auf mehrere Frauen, die wie eine Art Experiment im Kern wirken. In dem Moment, in dem sie angreifen wollten, tauchte ein Monster auf und hielt sie davon ab. Zest beschloss, dass es der Köder sein würde und während es getroffen wird, hat Bezara die Chance, die Kreatur mit seiner Kraft zu erledigen. Sie enthüllt, dass die, denen sie vor kurzem gegenüberstanden, sie selbst waren und dass sie ein magischer Organismus ist, der von Solgier erschaffen wurde. Und da er mit den Mängeln, die durch die Gefühle für sie entstanden sind, nicht zufrieden war, beschloss er, andere zu erschaffen, damit die beiden nicht um ihr Leben fürchten müssen. Und genau das tat Bezara, indem er die Öffnung ausnutzt und den Kern zerstört, wodurch das Monster stirbt. Aber nicht, bevor es einen Laserstrahl freisetzt und einen Berg zerstört. Zurück in der Welt der Menschen stellen wir fest, dass Zest ohne einen Kratzer ist. In dem Moment, als die Protagonistin zum Kern rannte, stieß er sie weg und rettete ihr das Leben. Alle anderen wachten auf, doch Bezara war nicht mehr da. Drüben in einem Raum hielt Lars Solgier gefangen und fing an, ihn zum Spaß zu verletzen. Plötzlich tauchte jemand auf. Es war Bezara, der den Tod des Bösewichts mit eigenen Augen sehen wollte, um sicherzugehen, dass er ihn nicht mehr belästigen würde. Und im Grunde war das auch der Teil der Abmachung. Und nachdem der Protagonist es bestätigt hat, beendet Lars Solgiers Leben. Ernsthaft, wie stolz macht uns dieser Protagonist? Das reicht jetzt. Ich bin eurer Visage übertrössig. Ich werde dem jetzt ein Ende bereiten. Ist das in Ordnung für dich, Basachi? Ja. Bisschen nicht! Zurück zu Hause, bevor er eintrat, fiel der Verband an seinem Finger schließlich von selbst ab. Und schon drinnen wird er von Yuki und Zest begrüßt, die sagt, dass sie jetzt jeden Befehl von ihm befolgen wird. Der Protagonist wirft einen Blick auf Mio, die schon viel besser aussieht. Bezara erinnert sich an einige Worte von Lars, dass bei dem Pakt zwischen Meister und Diener der Pakt mit der Magie eines Sukobus geschlossen wurde, anstatt von dem eigentlichen Herren und dann intim mit jemand anderem als dem Meister wird. Wird die Dienerin durch unglaubliche Lust drauf gehen? Mit dem Gedanken, dass andere hinter ihr her sein werden, geht Bezara zum Angriff über. Als er jedoch merkt, was er tut, hört er auf und entschuldigt sich. Sie will jedoch, dass sie bis zum Ende gehen, aber Yuki kommt an und will das auch, was damit endet, dass die beiden Kämpfer und Zest alles ansieht. Auf der Suche nach Hilfe findet der Protagonist Maria, die, anstatt die Situation zu schlichten, ihm einen dicken Kuss gibt. Am nächsten Tag werden Maria und Zests Mutter zurück in die Dämonenwelt geschickt und ihr Leben kehrt zur Normalität zurück, bis Bezara eine Nachricht von seinem Vater erhält. In der Szene wird auf den Palast des Dämonenfürsten Liohard geschnitten, der auf seinem Thron zugeht. Doch als er die Tür öffnete, fand er dort Jinn sitzen, der sagte, er sei da, um ihm dafür zu belohnen, dass er versucht hat, seine Kinder in die Finger zu bekommen. So beginnt der Kampf der beiden und mit einem generischen Schwert kann er in aller Ruhe mit dem Dämon kämpfen. Während er die Kraft seiner Waffe namens Loki einsetzt, gelingt es ihm, Jins Schwert zu zerstören und ihn dazu zu bringen, ein wenig ernsthafter zu kämpfen. Mit diesem Zusammenstoß der Kräfte verursachen die beiden Zerstörung in der Burg und ziehen die Aufmerksamkeit der anderen auf sich. Durch ihre Schläge wird eine Säule zerbrochen und eine Frau fällt von ihr herunter. Als Jinder sieht, hebt er sie auf und geht. Zurück im Haus des Protagonisten zum Frühstück hat Maria Schildkrötensuppe für alle gekocht und versucht, Bezara davon zu überzeugen, sie zu dem Sportfest gehen zu lassen, das sie veranstaltet. Da sie wegen der Dinge, die sie zuvor getan hatte, unter einer Art Hausarrest stand, war sie sehr gelangweilt, aber er ließ sie trotzdem nicht gehen. In der Schule ist die Protagonistin in der Festival-Organisationsgruppe, nachdem die Lehrerin Chisato gefunden und einen seltsamen Moment mit ihr erlebt hat. Bezara spürt die Anwesenheit eines Feindes und zusammen mit Tashibana gehen sie mit dem Rest des Organisationskomitees in die Turnhalle. Als sie den Raum betreten, sehen sie einen brutalen Kerl, der mit einem Mädchen kämpft und sie gerade schlagen will. Bezara hält ihn auf und bringt ihn zu Boden. Er nimmt ein Stilett, aber der Lehrer erscheint und nachdem Tashibana eine Art Kraft eingesetzt hat, gehorchen sie stillschweigend. Der Lehrer, der dabei war, beschließt, allein mit dem Protagonisten zu reden. Er sagt, dass es nicht richtig ist, andere anzugreifen und dass er mit Chisato vorsichtig sein soll. Auf dem Heimweg werden Mio und Yuki von Lars aufgehalten, der ihnen bereits gesagt hat, dass er in die Dämonenwelt zurückkehren wird. Die beiden aber vorher vor Bezara warnen will. Als Mios Kräfte außer Kontrolle gerieten, hat er sie gerettet. Aber wenn er jemals außer Kontrolle gerät, werden sie ihn dann auch retten können? So schwach sind sie nicht, also sagt er ihnen, dass sie Verantwortung übernehmen und zumindest stark genug werden wollen, um ihn notfalls zu töten. Nachdem er einige Besorgungen für den Ausschuss erledigt hat, wartet Bezara an einem Bahnhof darauf, nach Hause zu gehen, bis er spürt, dass sich eine Barriere in den Leuten bildet, die dort waren. Sie beginnen, ihn mit Magie anzugreifen. Da er sie nicht verletzen will, indem er kontrolliert wird, geht er weg und wird von einer Wasserkraft abgeschirmt. Es ist Kurumi, die mit kontrollierter Blitzkraft die Menschen außer Gefecht gesetzt und ihre Erinnerungen gelöscht hat. Sie verrät, dass sie aufgrund des Berichts, den Yuki an das Dorf der Helden geschickt hat, dachten, es sei notwendig, jemand anderen zu schicken, um ihnen zu helfen. Deshalb war das Mädchen dort. Außerdem sagt die Heldin, dass sie die gleiche Präsenz in der Schule gespürt hat und als sie nach Hause kamen, wurden sie überrascht. Sie taten diese Dinge, um gemeinsam stärker zu werden, nachdem sie einige Wahrheiten von Lars gehört hatten. Als Mio jedoch jemanden sah, der anders war als sie, rannte sie peinlich berührt in ihr Zimmer. Offensichtlich war das alles Marias Idee, die Kurumis Wunsch, die Reife zu spielen, ausnutzte und ihr gegenüber unanständige Dinge tat. Nachdem sie alles aufgezeichnet hat, unterhalten sie und Basara sich und alles endet gut zwischen ihnen. An einem anderen Festivaltag geht sogar Kurumi in die Schule, um sie zu beobachten und nach der Person zu suchen, die versucht hat, Basara anzugreifen. Auch die drei bereiten sich darauf vor, ohne viel Erfolg bei der Suche nach dem Täter zu haben. Mio, Yuki und der Protagonist liefern sich ein Rennen zu dritt, bei dem sie aus dem Nichts heraus Luftballons mit Wasser zum Platzen bringen müssen. Und danach schmelzen ihre Kleider. Ja, das erscheint sehr seltsam und aus heiterem Himmel. Aber beruhig dich, das ist genau das, was sich Maria zu Hause vorgestellt hat, dass es passieren würde. Sie gewinnen das Rennen sehr zur Freude der Mädchen in der Klasse und zum Leiden der Jungen, die an Basaras Stelle sein wollten. Die Windgeister, die Kurumi beschworen hatte, um den Schuldigen zu finden, zeigen auf Tashibana, die aus dem Nichts von einem Windzauber angegriffen wird, den der blonde Rüpel von vorhin geschickt hat. Als Basara das sieht, setzt er seine Bandschicht ein, um die Kraft zu neutralisieren, sodass weitere Tornados entstehen. Nachdem er es geschafft hat, alle zu erledigen, wird der Protagonist von Tashibana getroffen, die eine Barriere errichtet hat, um ihn anzugreifen. Und in der Schule zeigt sich ihre wahre Gestalt als Vampir. Auf der Terrasse täuscht Kurumi den Tyrannen vor und entdeckt, dass er nur eine Marionette ist. Und als er sich ihm nähert, erscheint Professor Sakasaki. Der Protagonist fragt, ob diese schlimmen Dinge von ihr getan wurden. Die ihn einen Lügner nennt und ihn angreift. Sie denkt, dass er als Held da war, um sie zu töten und sagt, dem Moment, in dem das Mädchen nicht mehr in Gefahr war, gelang es, dem Protagonisten ihn anzugreifen. Allerdings schien es nicht mehr er zu sein, sondern eine Bestie, die einen neuen Metallarm erschuf und wieder auf den Gott zuging. Doch bevor er ihn erreichen konnte, tauchte Chisato auf und hielt ihn auf. Der Bösewicht hieß in Wirklichkeit Ornes und ihre, eine Flaya, das heißt, die Lehrerin kommt auch aus der Welt der Götter. Er hegt einen Groll gegen Basara, weil sie ihn so sehr mag, weshalb sie ihn töten wollte. Sie akzeptiert jedoch nicht, dass man schlecht über den Protagonisten spricht, weil in ihren Adern das Blut einer bestimmten Frau fließt. Chisato sagt auch, dass sie alles tun wird, um ihn zu beschützen, egal wer der Feind ist. Ornes beschwört eine Waffe und bereitet sich darauf vor, Basara zu treffen. Sie enthüllt, dass sie den größten Teil seiner Macht versiegelt hat, um vom Himmel in die Menschenwelt hinabzusteigen, damit sie ihn nicht aufhalten kann. Die Göttin verrät jedoch, dass es andere gab, die sie unterstützt haben, sodass sie ihre wahre Macht nur in einem Fall einsetzen kann, wenn es darum geht, Basara zu schützen. Ihr Siegel der Kräfte wird vorübergehend entfernt und aus Wut darüber, dass er den Protagonisten dazu gebracht hat, seine Waffe auf sie zu richten, tötet sie ihn einfach. Sie ändert seine Erinnerungen, indem sie Ornes Seele an das Schwert übergibt und den Protagonisten in den Normalzustand zurückversetzt. Nach dem Endplan ist, ihn zu besiegen, indem sie eine neue Welt für die Dämonen erschaffen. Sie wollten jedoch einen Vorwand für einen solch rücksichtslosen Angriff. Also tauchte Lars auf und gab ihnen, was sie wollten. Er sagt, dass Mio und die anderen im Auftrag der gemäßigten Fraktion in die Dämonenwelt kommen und damit haben sie, was sie brauchen. Zurück im Haus des Protagonisten teilt Rukia allen mit, dass sie die Gründe nicht sagen kann und dass Ramuzas sprechen wird, sobald sie ankommen. Das ist der Anführer der gemäßigten Fraktion, Wilberts älterer Bruder, Mios Onkel. Trotz der Tatsache, dass sie keine Information haben, beschließen sie sich, ihr anzuschließen und machen sich auf den Weg in die Dämonenwelt. Bazaras Gruppe kam in der Dämonenwelt an, aber es war nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten, sondern ein Ort, der ihrem Zuhause sehr ähnlich ist. Sie kamen in den Raum, in dem sie schlafen werden, der ganz staubig ist und so aussieht, als wären sie dort nicht sehr willkommen. Plötzlich taucht Zest in einem Dienstmädchen-Outfit auf. Sie serviert allen etwas zu essen und während sie isst, erschienen Maria und Rukias Mutter auf Bazaras. Anscheinend hat sie die Fähigkeit, sich durch einen Raumtunnel frei zu teleportieren und sie verrät, dass Zest in Wirklichkeit als ihr persönliches Dienstmädchen arbeitet. Sie haben Spaß, während Maria allein zum Zimmer ihrer Schwester geht, die sie für ihren Verrat bestrafen will, als sie sich mit Solgier verbündete. Sie zieht sich aus und macht sich bereit. Doch als sie dorthin teleportiert wird, hält die Protagonistin Rukia auf. Aber sie musste trotzdem bestraft werden und das würde er tun. Und da es sich hier um einen gottlosen Anime handelt, ist das die Zeit, die den perversen Fans am besten gefällt. Er fängt an, sie zu bestrafen, indem er mit ihr… Naja, ihr wisst es ja selbst, ne? Nebenbei bemerkt Rukia, dass jemand an der Tür herumschnüffelt. Es ist Kurumi, die sich ebenfalls auf ihr kleines Spiel einlässt. Als Bizarra in den Raum zurückkehrt, stößt er auf Klaus, den ehemaligen Strategen von Dämonenfürst Wilbert. Er ist bestürzt darüber, dass sie Mio und ihre Freunde ein so schlechtes Zimmer gewählt haben. Also beschließt er, sie in ein besseres Zimmer zu bringen und übergibt Ramuzas Befehl, sie dort zu lassen. Während sie gehen, erzählt er ihnen von der Geschichte der gemäßigten Fraktion, die von Mios Onkel angeführt wird und aus der die meisten Leute bestehen, die ihrem Vater noch treu sind. Als sie sich der Treppe nährt, sind alle unten glücklich, weil sie glauben, dass die Erbin erschienen ist, um sie zu befehligen. Verkleidet treffen sie auf Noel, einen Dämon, der auf Klaus Befehl hin ihr Führer in der Stadt sein wird. Mio sagt, dass dies der Ort der Stadt ist, in der sie leben. Sehr ähnlich ist, aber Yuki korrigiert sie, da diese Welt voller dämonischer Partikel ist, die die Kräfte der Helden im Vergleich zur menschlichen Welt um die Hälfte reduzieren. Während sie essen und sich über irgendetwas aufregen, geht Zest weg und draußen sehen wir, dass sie sich nicht würdig fühlt, in ihrer Nähe zu sein. Plötzlich versuchen einige böse, aussehende Soldaten, ihr etwas anzutun. Aber nachdem sie einen Karren mit Blumen nach ihnen geworfen haben, erscheint der Protagonist und nimmt sie mit, wobei sie sich unterwegs den Knöchel verstaucht. Und unser Bray, der sie trägt, sagt ihr, dass sie besser auf sich aufpassen muss. Als sie zum Schloss zurückkehren, sehen sie, dass Ramuzas von einer Mission zurückgekehrt ist und allein mit Klaus erfährt Bazarra, dass er plant, Mios Macht zu entziehen. Allerdings würde diese Entnahme nicht friedlich verlaufen. Die Schwester des Protagonisten würde schwer verletzt werden und wahrscheinlich sterben. In der Nacht sehen wir, dass Rukia Kurumi ein Power abgegeben hat, das Element der Dunkelheit, damit sie die stärksten Geister in der dämonischen Welt nutzen und allen nützlich sein kann. Als sie mit Noelle duscht, findet Mio nach einigem Reden heraus, dass das Mädchen Lars kennt und dass sie beide zusammen im selben Waisenhaus aufgewachsen sind. Während er die Stadt von der Spitze seiner Burg aus betrachtet, erhält Ramuzas einen kleinen Besuch von Bazarra. Dem Protagonisten gefällt sein Plan nicht, Mio die Macht zu nehmen, also wird er das nicht zulassen. Doch gerade als er sein Schwert ziehen wollte, tauchte Rukia in seinem Rücken auf. Um die Situation zu beruhigen, teleportierte sich die Mutter unserer Sukubus dorthin und holte den Protagonisten mit den Worten, dass der Kampf zwischen den beiden niemanden nützen würde, von dort weg. Sie bringt ihnen eine riesige Badewanne, wo sie, um ihn zu beruhigen, ihn und Zest dazu bringen wird, den Pakt von Meister und Diener zu schließen und den Rest kennst du bereits. Und damit siehst du, wie wütend sie ist, hat sich der Protagonist danach ein Nickerchen gegönnt und so wird der Dämon zu seinem neuen Mitarbeiter und Verbündeten. Am nächsten Tag war die Barriere der Stadt an einigen Stellen zerstört und Liohards Armee griff an. Mit der alten Waffe, die sie gefunden hatten, warnte Galt, die Bürger sich zu ergeben und demonstrierte etwas von der Macht der Riesenmacht, was von Nebra ausgebucht wurde, einem Dämon, der dem Rat unterstellt war, der zur Beobachtung da war und wollte, dass Galt die Bürger tötet. Die Heldinnen ziehen in den Kampf, während Mio auf Wunsch von Klaus im Zimmer bleibt, da sie diejenige ist, die die Schurken wollen. Zest erschuf einen riesigen Erdgolem, um die Waffe zu halten, während Buzara Galt verfolgte. Andere waffenähnliche Monster tauchten auf und die Mädchen begannen sie zu bekämpfen. Obwohl die Protagonistin stark ist, wird sie von dem Dämon General verprügelt und als Mio das sieht, kann sie sich nicht zurückhalten und stürzt sich in den Kampf. Kurz vor dem finalen Schlag wendet Buzara eine neue Technik an, mit der er seine Waffe verschwinden lässt und mit absurder Geschwindigkeit den Arm des Gegners durchtrennt. Plötzlich trifft ein bestimmtes Licht die beiden und eine gigantische Explosion lässt den Protagonisten schwer verletzt dorthin fliegen, wo Mio war. Derjenige, der das getan hat, war Nebra, der die beiden mit der Waffe getroffen hat, um Lio Harts Kräfte zu verringern und Galt erneut anzugreifen. Als Mio ihren Geliebten in diesem Zustand sah, konnte sie sich nicht wehren und ihre Kräfte spielten vor Wut verrückt. Sie blockt die Kraft des Monsters ab, schickt sie zu ihm und wendet in ihrer Wut eine sehr mächtige Technik an, um den Riesen zu erledigen. Yuki fängt ihn in der Luft auf und nachdem die Waffe zerstört wurde, hat Nebra keine andere Wahl und aktiviert das Selbstzerstörungssystem, um die Stadt zu zerstören. Aber Ramuzas war auch da und hat die Bombe mit einem Schwertkraftzauber in einen Ball verwandelt. In seiner Verzweiflung versucht der Schurke, Mio zu töten. Bezara erscheint jedoch und hält ihn auf. Der Protagonist beginnt, ihn zu verhören, aber gerade als der Bösewicht sagen will, wer ihm den Befehl dazu gegeben hat, wird der Dienermeisterpakt aktiviert und er wird verdampft. Lars taucht auf, um Galt zurückzubringen und sagt ihnen, dass sie die Scherben aufsammeln und zum Schloss des Dämonenfürsten gehen sollen, wo Leo hart auf sie wartet. Nach all dem Durcheinander informiert Mio am nächsten Tag Klaus, dass sie nicht vorhat, die Nachfolge ihres Vaters anzutreten und dass sie beschlossen hat, ihr Leben als Mensch zu leben. Ramuzas ließ Rukia den Auftrag, Mio die Kraft zu entziehen, stornieren, da sich die Umstände geändert hatten, sagte sie. Galt erzählte Leo hart von Bezaras neuer Kraft, die eine Dimensionsfluktuation verursacht, die wie eine Schockwelle eine Art Superschaltschnitt nach außen schießt. Der Dämonenfürst war verzweifelt über die Niederlage seines Generals und als er im Aufzug nach unten fuhr, stieß er mit seiner Schwester zusammen, die ihm später bei seinem Bart half. Beim Verlassen des Schlosses treffen sie auf Jin und ein Mädchen. Später erhält Ramuzas eine Nachricht von Leo hart über einen Sieben-gegen-Sieben-Wettbewerb, bei dem das Team mit den meisten Siegen die Herrschaft über die Dämonenwelt erlangen wird. Jin sagt, dass dies wahrscheinlich eine Falle ist, aber aus Angst vor einem weiteren Angriff wie dem vorherigen haben sie keine andere Wahl als es zu akzeptieren. Der Vater der Protagonistin sagt auch, dass er zu dem vereinbarten Ort gegangen ist, sie aber nicht finden konnte. Dann taucht Marias Mutter auf und sagt, dass sie glaubt, dass Saphir nicht mehr in der Dämonenwelt ist. Da der Wettbewerb noch in weiter Ferne liegt, hat Jin Ramuzas versprochen, dass er sie trainieren wird. Und am nächsten Tag sehen wir, dass Bezaras Training bereits begonnen hat und er nach einem Schlag seines Vaters fliegt. Selbst mit einem gewöhnlichen Schwert wird klar, dass Jin viel stärker ist als der Protagonist und selbst als er versucht, seinen neuen Move einzusetzen, kann der Kriegsgott ihn leicht daran hindern. Jin enthüllt, dass Bezarra drei Begrenzungen für seine Kraft hat. Sein Bewusstsein, sein Unterbewusstsein und seinen Hass auf sein Schwert, weil er den Vorfall mitverursacht hat. Um eine Chance gegen Liu Hart zu haben, muss er zwei dieser Begrenzer beseitigen, sonst wird er in Schwierigkeiten geraten. Danach sagt Jin, dass er mit ihm über etwas anderes reden will, nämlich über die beiden Mütter, die Bezarra hat. Bezarra richtet eine Bitte an Marias Mutter und mit allen anderen kehren sie in die Menschenwelt zurück, um sich auf den bevorstehenden Wettbewerb vorzubereiten. Die Protagonistengruppe begibt sich zum Schloss des derzeitigen Dämonenfürsten Liu Hart, der sie wegen des bald stattfindenden Wettbewerbs willkommen heißt. Plötzlich taucht Belphegor, eine der Dämonen, die am Rat teilnehmen, dort auf, um sie zu sehen. Als sie den Ort verließen, an dem sie übernachten würden, kamen sie an Lars vorbei. Der Bezarra sagte, er solle sie am Tag des Kampfes nicht zu sehr auseinandernehmen. Nachdem Kurumi den Ort in einem Herrenhaus untersucht hat, sind sie beruhigt, als sie sehen, dass es keine Fallen gibt. Zunächst einmal, wie in diesem Anime üblich, werden alle am besten dadurch stärker, dass sie sich ausziehen und anfangen, die Dinge zu tun, die die Ungezogenen unter uns gerne sehen. Am nächsten Tag verlässt der Protagonist das Zimmer allein und geht in eine Bar, um allein mit Lars zu reden. Der Protagonist bittet ihn um einen ungewöhnlichen Gefallen, dass der Dämon einige besondere Parfüms kauft. Auch wenn wir versuchen, so zu tun, als ob er das nicht hätte, wissen wir alle, dass Lars Bezarra als Freund mag. Also hat er es für ihn getan. Während er sich darauf konzentrierte, auf sein Handy zu schauen, wurde er von Mio gerufen. Sie umarmte und küsste ihn und forderte ihn auf, das zu tun, was du gerade denkst. Die Meisterschaft hat begonnen und die Regeln sind ganz einfach. Es gibt sieben Eins-gegen-eins-Kämpfe. Die Gruppe, die die meisten Kämpfe gewinnt, gewinnt. Dafür musst du deinen Gegner nur kampfunfähig machen oder ihn töten. Der erste Kampf ist Mio gegen Luca, der an Gals Stelle dabei war. Bevor der Kampf begann, erhielt Leo Hart einen Anruf vom Rat, der etwas über Belphegor wissen wollte, der noch nicht aufgetaucht war. Übrigens ist er nicht der Einzige, der verschwunden ist. Auch Bezarra war nicht da, wo die Mädchen waren. Der Kampf beginnt und der Junge beschwört einen heldenhaften Geist, der denen sehr ähnlich ist, mit denen sie zuvor konfrontiert waren. Obwohl er durch einen Angriff von Mio einen Teil seines Körpers verliert, schaffte er es, sich dank seines Heilungsfaktors zu erholen. Anscheinend hatte es sie am schlimmsten erwischt. Aber das Mädchen hat der Protagonistin schon viel Liebe entgegengebracht und zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft konnte sie bereits einen Großteil ihrer monströsen Kraft kontrollieren. So nutzt sie einen Teil davon, um die Riesen mit Leichtigkeit zu verdampfen, den ersten Kampf zu gewinnen und die Dämonen im Publikum schockiert zurückzulassen. Der zweite Kampf ist Maria gegen Lars, der gleich zu Beginn von dem Sukkubus angegriffen wird. Doch obwohl sie eine hervorragende Nahkämpferin ist, kommt sie nicht an den Energiebällen des maskierten Mannes vorbei. Indem sie auf den Boden schlägt, verschafft sie sich die Möglichkeit, ihre Verwandlung einzusetzen und nachdem ein Schlüssel in ihre Brust eingedrungen ist, wird sie viel größer, wenn du verstehst, was ich meine. Da sie schlau ist, greift Lars sie mitten in der Verwandlung an, aber sein Plan geht schief und er bekommt einen Schlag ins Gesicht. Aber auch wenn sie viel stärker wird, ist sie nicht gewohnt, so zu kämpfen. Also besiegt er sie ohne große Schwierigkeiten. Die Dämonen im Publikum, die Lioha treu sind, fordern den maskierten Mann auf, sie zu töten. Doch Lars wirft ihnen eine seiner Bälle entgegen und sagt, dass derjenige, den er tötet, nur seine Entscheidung ist. Damit endet der zweite Kampf und der Wettbewerb steht eins zu eins. Der dritte Kampf ist Kurumi gegen Admirat, ein Mitglied des Rates und kurz bevor es losgeht, übergibt er der Heldin einen Gegenstand, der besagt, dass sie Bessara als Geisel haben und wenn sie nicht will, dass er stirbt, dann muss sie verlieren. Der Kampf beginnt und wenn man an die Protagonistin denkt, kann sie nicht wirklich kämpfen. Als Lioha das sagt, fragt er sich, warum und sein stellvertretender General, Belphegor, geht zu den Ratsmitgliedern, um das zu untersuchen. Der Bösewicht beschwört ein riesiges Pferd dabei und überrennt die Heldin, um sie zu besiegen. Aber das reicht ihr nicht und er versucht sie zu töten. Doch Cess taucht auf und rettet ihrer Freundin das Leben. Und weil sie sich in einen Kampf einmischte, der noch nicht wirklich beendet war, entschieden die Ältesten des Rates, dass der vierte Kampf durch ihre Niederlage, durch Disqualifikation entschieden wird. Somit steht es 3 zu 1 für die Bösen. Und mit einem weiteren Sieg werden die Schurken gewinnen. Die Szene schneidet zu Belphegor, der sich mit einem Dämonen vergnügt, bis der Protagonist erscheint, um ihn zu töten. Bessara war jedoch derjenige, der verletzt wurde, da der Dämon es schaffte, ihn zu treten, bevor er selbst getroffen wurde. Der Protagonist schaffte es, das Schloss unauffällig zu betreten, indem er ein Parfüm mit dem Duft von Solgea benutzte. Plötzlich stand Bessara auf und schnitt den Bösewicht mit seinem Sonic-Cut. In Wirklichkeit ließ er sich treffen, um Belphegors Wachsamkeit zu verringern, und tötete ihn, ohne Gnade. Als Sest Kurumi in die Krankenstation brachte, sah Yuki, wie ein Gegenstand aus der Hand ihrer Schwester fiel. Da verstanden die beiden, was mit dem Kampf passiert war. Aber um zu verhindern, dass der Dämon in die Arena geht, um dort Unruhe zu stiften, ging die Heldin zu ihrem Kampf. Im Ratssaal wird Admirov dafür gelobt, dass er zwei Siege für sie errungen hat. Und sie denken, wenn es so weitergeht, brauchen sie das nicht zu benutzen. Der Schurke entfesselt eine Macht an der Wand und sagt den anderen, dass er verwirrt war. In Wirklichkeit war es Belphegor, der sie beobachtete. Und weil er neugierig war, was sie damit meinten, beschloss er, weiter nachzuforschen. Yukis Gegner im fünften Kampf ist Volga. Wenn du glaubst, dass du dich an ihn erinnerst, dann liegt das daran, dass der Dämon Volgas Bruder ist, der von dem Helden mit dem Speer besiegt wurde. Er sagt, dass er im Gegensatz zu seinem Bruder sehr stark sei und sie mit einem einzigen Schlag erledigen würde. Der Kampf beginnt und er stürmt mit allem, was er hat, auf Yuki zu. Doch er erreicht sie nicht. Und als er merkt, dass sein Kopf und der Rest seines Körpers in Stücke geschnitten wurden, wird der nächste Kampf Rukir gegen Bovler sein. Da er jedoch den Rat untersuchte, erschien der stellvertretende General nicht in dem Kampf. Damit hat das Team der Guten einen weiteren Punkt gewonnen, sodass der Wettkampf unentschieden ausging. Ihr Gegner im Endkampf wird der Dämonenfürst Leo Hart sein und der Kandidat der Guten sollte Bessara sein, der noch nicht eingetroffen ist. Allerdings hatte ich Zweifel an einer Sache. Warum haben sie guten Gewissens nicht Ramuzas, den super starken Vater des Protagonisten, in diesem Turnier kämpfen lassen? Das wäre ein leichter Sieg. Moment, ich glaube, das ist der Grund, warum sie ihn nicht eingesetzt haben. Als ob all die Tricks des Rates nicht schon genug wären. Der Kampf, der über die Zukunft der Dämonenwelt entschieden wird, findet auf dem Schlachtfeld des Dämonenkönigs Sandu statt und Rukir sagt, dass sie keine andere Wahl hat, als gegen Ramuzas zu kämpfen, weil diese Arena ein besonderer Ort ist, den nur diejenigen mit dem Blut des Dämonenkönigs betreten dürfen. Doch selbst nach dieser Rede und dem Erschrecken der Ratsältesten betrat Bazarra diesen Ort. Wir sehen, dass Jin in einer Hängematte liegt, seinen Sohn nicht kämpfen sieht und sagt, dass seine Chance bei 20 Prozent liegen. So beginnt der letzte Kampf. DIN 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Währenddessen kämpften Zest gegen die Riesen, die in der Arena auftauchten. Selbst wenn sie gemeinsam angriffen, hatten die drei keine Chance gegen dieses übermächtige Wesen. Doch dann erschien eine weitere Person, Ramuzas, der mit seiner Schwertkraft den Dämon zurückhielt. Damals in der Krankenstation hatten sie in diesem Zustand keine Chance gegen ihn. Aber in dem Moment, in dem er Kurumi berühren wollte, stand Maria auf und riss ihm die Hand weg, stürmte mit großer Wut voran und beendete den Lauf des Schurken. Eines der Monster schnappte sich Noel, der ein Kind beschützen wollte und kurz davor war es zu töten. Er wird von Lars aufgehalten, der ihn zu Hackfleisch verarbeitet. Zurück im Hauptkampf kann Ramuzas das Monster nicht länger aufhalten. Da hat Besara die Idee, die Kraft zu nutzen, die Mio hat und die er fast losgelassen hätte, als er außer Kontrolle geriet, um ein schwarzes Loch zu erzeugen. Er sagt Liohard, er solle das Monster festhalten, während Mio das schwarze Loch erschafft und er werde es mit seinen Kräften hineinwerfen. Sie beginnen den Plan, in die Tat umzusetzen. Mit der Kraft seines Schwertes hält der Dämonenfürst ihn fest und Mio schafft es, seine Kräfte zu kontrollieren, indem er ein schwarzes Loch in seinen Rücken bohrt. Da Besara keine andere Wahl hat, beschließt er, alle seine Begrenzer zu brechen. Indem er zwei Pillen schluckt und Mios Kraft aufnimmt, verwandelt er sich erneut und wird noch viel mächtiger. Er schlägt das Monster und versiegelt es in einer anderen Dimension, was dazu führt, dass alle anderen heroischen Geister fallen und zerstört werden. Erstaunt über die Niederlage des Chaos, beschlossen die Anführer des Rates, alles in die Luft zu jagen und nur sie übrig zu lassen. Als sie gerade ein paar Knöpfe drücken wollten, wurden alle von Liala, Liohards älterer Schwester, getötet, die auch jemanden dort spürte. Es war Jyn, der bereits all diese heldenhaften Geister besiegt hatte und das gleiche dachte wie sie. Sie sagt, sie rieche einen Drachen um ihn herum, einen der Alten und Hochrangigen. Liala bedroht Besara etwas. Dann zeigt sein Vater seine Aura und die beiden Monster setzen ihre Auren frei. Bis der Protagonist eintrifft, gelingt es ihr zu erkennen, dass auch er gekommen ist, um dem Rat ein Ende zu setzen und dass Lars bei ihm war. Also gibt sie jeden unnötigen Kampf auf und bittet ihn, sich mit ihrem kleinen Bruder zu vertragen, so wie er es mit den Maskierten getan hat. In der Burg des Dämonenkönigs sehen Liala und Liohard, dass Belfigord tot ist und nachdem sie einen Vertrauten nicht gefällt, also müssen sie etwas unternehmen. Zu Hause waren die Mädchen bei Besara. Der sich mit Blick auf Mio an ein Gespräch mit Ramuzas erinnerte, in dem der Dämon sagte, er wolle sich nicht mehr mit ihnen einlassen. Denn er will das neue Bündnis, das sie mit Dämonenfürst Liohard geschlossen haben, nicht brechen. Doch bevor er in seine Welt zurückkehrt, fragt der Protagonist, ob er Mio gehen lassen will, ohne ihr etwas zu sagen. Besara nennt ihn Wilbert und erklärt ihm seine Theorie. Damit seine Macht nicht außer Kontrolle gerät, hat er seine Existenz absichtlich ausgelöscht. Gleichzeitig schickte er seine Tochter in die Menschenwelt, um sie vor der Bedrohung durch einen neuen Dämonenkönig zu schützen. Während er beobachtete, wie es ihr ging und versuchte, einen Streit mit der Fraktion des neuen Dämonenkönigs zu vermeiden, kehrte er mit einer anderen Identität als Bruder des Königs zurück. Besara schlussfolgerte daraus, dass die Magie, die er zur Rettung von Mio eingesetzt hat, nicht nur Kraft, sondern auch viel Zuneigung enthält. Ramuzas hält das jedoch für eine verrückte Theorie. Und ohne zu verraten, ob sie wahr ist oder nicht, kehrte der Protagonist in seine Welt zurück. Am nächsten Morgen aßen sie ein leckeres Frühstück, das Cess zubereitet hatte, was Mio eifersüchtig machte. Sie sah, dass ihr Geliebter sie so sehr lobte. Also sagte sie, dass sie am nächsten Tag das Frühstück machen würde. Und als die anderen Mädchen mitmachten, vereinbarten sie, dass jeden Tag eine von ihnen kochen würde. Obwohl es Winter ist, beschließen sie, nachdem sie eine Werbung für einen Wasserpark gesehen haben, alle zusammen dorthin zu fahren. Dort treffen sie einige ihrer Kollegen. Und auch Lars taucht auf und sagt, dass er von der Dämonenwelt beauftragt wurde, sie zu beobachten. Während sie sich amüsieren, bekommt Mio einen Moment mit Bazzara allein. Vor allem, weil Maria von einem Wachmann abgeführt wurde, weil sie ohne Erlaubnis Fotos gemacht hat. Sie treffen auf Professor Chisato, die etwas trägt, das sich nicht einmal als Kleidung bezeichnen kann. Im Grunde nur ein paar Haarsträhnen auf ihrem Körper. Nachdem ein Kind mit ihr zusammengestoßen ist, kommen sich die beiden sehr nahe, als Sensei von einer Verabredung erzählt, die sie haben. Weil sie eifersüchtig war, wurde Mios Fluch aktiviert. Aber sie hatten keinen Platz für ihn, um ihr zu helfen. Auf der Suche nach einem Ort ohne Menschen geht er mit ihr zum Teich mit fließendem Wasser, wo er dachte, er hätte einen Ort ohne Menschen gefunden. Sie finden jedoch Tachibana und ein anderes Mädchen, die wegen der Strömung weggehen und den Gottesdienst in einem Wasserfall beenden. Sie gehen glücklich nach Hause, weil sie eine gute Zeit hatten, als plötzlich ein Vogel mit einer Nachricht vom Clan der Helden auftaucht. Die Ältesten haben Yuki und Kurumi befohlen, zurückzukehren. Und sie müssen Mio und Bazzara mitnehmen, was in der ganzen Dämonenwelt wieder half Hand, als sie davon erfuhren. Als sie zu Hause darüber reden, weint Maria, weil sie der Dämonenwelt gegenüberstehen und jetzt, wo sie Frieden haben, werden sie wieder Probleme haben. Aber um sie zu beruhigen, sagt Bazzara, dass er keine Probleme haben wird, denn wenn etwas passiert, wird er alle beschützen. Am nächsten Tag traf Bazzara Chisato an einem Bahnhof, während einige von ihnen zum Markt gingen und die anderen trainierten. Nach dem Training sprachen die Schwestern über ihre Angst, dass der Protagonist die Kontrolle verliert, wenn er an einen für ihn so traumatischen Ort zurückkehrt. Mio scheint mit ihrer Freundin zu reden, aber Yuki ignoriert sie und sagt, dass das Mädchen sie nicht versteht. Um auf den Protagonisten zurückzukommen. Er und Chisato haben etwas getan, was für Schüler und Lehrer ganz normal ist. Sie gingen in ein Hotel mit heißen Quellen, wo sie ihm zeigte, wie es ist, mit jemandem zusammen zu sein, der mehr Erfahrung hat. Zu Hause sehen sie ein Bild aus der Zeit, als die drei Helden noch klein waren, während Yuki sich an die Vergangenheit erinnert, als die Ältesten ihr und ihrer Schwester verboten hatten, sich Bazzara zu nähren. Mio geht zu ihr, um ihr zu zeigen, dass sie ihre Freundin ist und sie unterstützen wird, was auch immer nötig ist. Sie umarmen sich und Yuki nimmt ihre Hilfe an. Zurück im Hotel fängt die freche Lehrerin aus dem Nichts an zu leuchten und küsst den Protagonisten, sodass auch er leuchtet. Auf dem Heimweg denkt der Protagonist über seine Vergangenheit nach und fühlt sich schlecht, weil er sie noch einmal durchleben muss. Bis Lars auftaucht und sie gemeinsam in ein Restaurant gehen, um Fleisch zu essen. Der Dämon erklärt, dass er als Wachhund des Dämonenkönigs arbeitet und wenn ihnen etwas zustößt, wird er in Schwierigkeiten geraten. Er sagt, er ist nicht sein Freund, sondern sein Aufpasser. Er sagt auch, dass er jeden loswerden muss, der Mios Leben bedroht. Auch wenn es heißt, dass seine Heimat vernichtet wird. Deshalb beschließen sie, die Situation auf eine andere Weise zu lösen, indem sie Hand in Hand hinausgehen und mit einer Absperrung den Kampf beginnt. Darum ist, dass er nicht die Bedrohung des Dämonenkön Propheten verabschiedet wird. Darum ist, dass sie eine Unsere Reise über die Dämonenkönig ist. Mit seinen Kräften lässt Lars die Szene wie ein Dorf der Helden aussehen und beschwört ein Spiegelbild des Protagonisten herauf. So, dass er sich selbst gegenübersteht. Von den Ereignissen erschüttert, verliert Bazzara gegen seinen Klon. Aber weil er sich an die Menschen erinnert, die er beschützen will, setzt er sich für alles ein. Als er wieder zu sich kommt, besiegt er sein Spiegelbild und Lars wird später den Dämonen klarmachen, dass der Protagonist genug ist, um Mio zu beschützen. Zu Hause angekommen, haben sich alle Mädchen als Bräute verkleidet, um ihre Familienbande zu stärken. Und wie immer wird ihr Fluch aktiviert und sie beginnen mit dem Gruppendingsbums. Am nächsten Tag bereiten sich alle darauf vor, ins Dorf der Helden zu gehen, wo sie sich verschiedenen Gefahren stellen müssen. Und so endet The Testament of Sisters New Devil, mit den anderen beiden Staffeln. Das sind alle Anime-Inhalte, die wir von diesem kulturellen Werk haben. Wir wissen immer noch nicht, ob es eine dritte Staffel geben wird oder nicht, weil das Studio in Insolvenz gegangen ist und nie wieder davon gesprochen hat. Da das Werk aber in dem Jahr, in dem es veröffentlicht wurde, gut gelaufen ist und bereits genug Material für eine weitere Staffel hat, glaube ich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!